Moin, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute, weil es ja schon so herbstliche Stimmung ist und momentan die Kürbisse ja auch echt im Angebot sind, wollen wir ein Spaghetti Carbonara machen, aber mit einer Soße mit Kürbis drin. Auf geht's, jetzt kommt mein Jingle und dann geht's los. Als erstes müssen wir diesen Kürbis halbieren und die Kerne und alles drumherum rausnehmen, was wir nicht gebrauchen und dann müssen wir den klein schneiden. Ich habe das schon mal vorbereitet, hier in dem Topf kann man das schon mal sehen, alles so kleine, niedliche Würfelchen. Kann man das sehen? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Und dann gebrauchen wir halt eine Zwiebel. Ich nehme wie immer eine rote Zwiebel, die Mengen dessen, was wir brauchen, findet ihr wieder unten in der Einkaufsliste. Die werde ich wieder verlinken wie immer. Dann könnt ihr euch die runterladen, ausdrucken, wie auch immer. Ich mache natürlich jetzt nicht so viel, weil wir sind natürlich nur zwei Personen. Ich werde es aber wieder reinstellen für vier Personen. Die Zwiebel verhältnismäßig dünn und klein runter, weil wir wollen ja nicht so eine großen Zwiebelflatschen da drin haben. Wir finden das ja immer ein bisschen delikater geil. Deshalb, ich nehme jetzt nicht die ganze, also die war so lang. Ich nehme nur eine halbe davon. Wenn ihr es nicht so scharf mögt, mittig aufschneiden, die Kerne rausnehmen und dann nur die äußere Hülle. Ich schneide das jetzt wunderbar ganz, ganz klein, weil ich mag es natürlich nicht, wenn so große Stücke da auf der Zunge sich durch die Zunge brennen. Das finden wir nicht so angenehm. Deshalb mache ich das wirklich klein. Hinten auf dem Herd steht schon unser Topf mit dem Salzwasser, was sich langsam erhitzt. Ich tue da gleich meine Spaghetti rein. Hier vorne habe ich schon meine Lieblingspfanne stehen. Da habe ich ein ganz bisschen was an Fett reingetan. Ich habe mir eben schnell ein bisschen Speck klein geschnitten. Den tue ich jetzt in meine Pfanne hinein und werde den einfach mal auslassen. Mein Speck ist da jetzt schön am vor sich hin dünsten bzw. ich lasse ihn da jetzt gerade so schön aus. Wenn der gleich ausgelassen ist, dann nehmen wir den raus und dann geht das los mit den Zwiebeln und dem Kürbis. So muss der Schinken aussehen, also fast fertig ausgelassen. Ich will ihn aber nicht so knallerhart haben und super cross, sondern ich möchte noch so ein bisschen was da drin haben, weil da kommt ja nachher wieder dazu. Ich nehme den jetzt einmal kurz hier raus, tue den hier in eine kleine Schale hinein. Das Fett behalten wir natürlich jetzt gleich zum Ankochen bzw. anbraten von dem Kürbis und dem Zwiebeln. Unser Wasser für die Spaghetti ist schon am kochen. Ich tue jetzt meine Spaghetti da hinein. Ich tue jetzt meine vorbereiteten Kürbis in die Pfanne und die Zwiebeln natürlich auch. Ja genau, ein bisschen Chili ist ja mit dabei. Das ganze müssen wir jetzt so ein bisschen andünsten. Ich bin ja immer so vom Verfechter von ich will eine schnelle Küche haben. Deshalb tue ich jetzt hier ein bisschen, ich sage ja bei den Karotten immer brandbeschleuniger. Das sage ich jetzt hier auch. Ich tue da jetzt ein bisschen brandbeschleuniger zu, indem ich jetzt ein bisschen Müsebrühe hier mit hinein tue. Dann geht das ein bisschen schneller. Jetzt köchelt das natürlich so ein bisschen vor sich hin. Ich habe mir jetzt hier etwas Sahne in mein Gefäß getan. Da schlage ich mir jetzt zwei Eier rein. In meinem Originalrezept, was ich runter geschrieben habe, stehen natürlich mehr Eier drin. Ups, jetzt machen wir hier gerade ein bisschen Schweinkram. Natürlich richtet euch dann nach dem, was ich da in der Einkaufsliste geschrieben habe und skaliert das auf eure Menge hin und her, wie ihr das halt braucht. So mache ich das im Endeffekt auch. Also Sahne. Bei mir sind es jetzt zwei Eier und 100 Milliliter Sahne. Und das muss ich jetzt mal eben schnell aufschlagen mit einer Gabel. Also vermengen. Das brauche ich dann gleich für meine Soße. Meine Kürbis, Zwiebel, Chili ist hier schon fast so, wie ich es haben will. Davon nehme ich jetzt die Hälfte ab, tue die hier in diesen Topf. Dann kann ich das nämlich gleich schön mit pürieren. Und die andere Hälfte lasse ich hier in der Pfanne. Beziehungsweise ich mache so zwei Drittel, ein Drittel. Ich püriere das Ding jetzt mal eben hier fertig. Jetzt tue ich mein Ei-Sahne-Gemisch mit dazu. So, jetzt haben wir das schön aufgemischt alles. Im Aufmischen bin ich ja immer groß. Schweinkram habe ich auch gerade gemacht. Klasse. Dann nehmen wir uns das mal mit rüber. So, jetzt tun wir unsere Spagett, die hier schön mit rein. Wenn da ein bisschen Lugelwasser mit reinkommt, ist ja super. Das wollen wir ja alle. Im Original ist das ja im Endeffekt auch so. Ich weiß, dass jetzt, es wird wieder polarisieren. Ich werde mit Sicherheit wieder gesteinigt werden dafür, dass ich das jetzt so mache. Aber für alle, die sich hinstellen und mir erklären, dass Spaghetti Carbonara ein historisches Gericht ist, die sollten mal googeln, wo es herkommt. Es sind keine Italiener gewesen, würde ich sagen. Waren eher Amerikaner. Aber egal. Wir machen hier mal weiter. Wir nehmen das jetzt hier mal vom Feuer, machen das mal ein bisschen runter bzw. ganz aus. Und dann kommt da gleich unsere Soße hinein. Ich habe das jetzt so ein bisschen vom Feuer genommen. Dann kommt da jetzt unter Rühren meine Masse hinein. Da muss man halt so ein bisschen aufpassen, dass es nicht gerinnt, weil immerhin sind da ja zwei Eier drin. Aber da passiert schon nichts. Keine Angst. So, das sieht schon mal richtig genial aus. Lecker. Das sieht so geil aus. Ich nehme da jetzt mal so eine Portion Nudeln raus. Das sieht doch schon mal geil aus. Da jetzt schön ein bisschen Krause Petersilie oben drüber. Ja, super. Und was fehlt uns noch? Schatzi, was fehlt? Pfeffer aus der Pube. Richtig. Nochmal schön Pfeffer darüber frisch. Genial. Das war es schon. Klasse. Das sieht geil aus. Ich liebe es. Jetzt schon. Wir haben das natürlich neulich schon mal ausprobiert. Das schmeckt richtig genial. Sollte euch dieses Rezept gefallen haben, schreibt mir unten einen Kommentar rein. Sollte es euch nicht gefallen haben, schreibt mir auch einen Kommentar rein. Schreibt mir keine Frechheiten da unten rein. Ich werde die verfolgen. Ich habe da keine Böcke drauf, weil letztes Mal ist mir schon geschrieben worden, meine Mutter wäre ein Punkt, 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 Punkt. Leute, die mir sowas schreiben, das werde ich nachverfolgen. Die Leute werde ich anzeigen. Ganz klar. Weil es geht ja um Kochen, ja, nicht um Krieg. So, Schluss mit diesen bösen Worten. Also, wen es gefallen hat, Daumen nach oben. Wer einen Kommentar hat, unten reinschreiben. Wer unseren Channel mag, der abonniert uns und kocht es nach. Unten in der Videobeschreibung findet ihr unsere Einkaufsliste wie immer. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder wann auch immer du es gesehen hast. Einen schönen Tag noch und wir sagen Tschüss. Und Frank vom Football Hamburg NG. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Untertitelung im Auftrag des ZDF.